Also, wir spielen heute Stadt, Land, Fluss, oder besser gesagt Stadt, Land, etwas sonstiges, oder was sonstiges? Nein, wir spielen jetzt gegeneinander. Wer will anfangen, du oder ich? Ich? Kurz. A. K. Ich bin Kevin. Ja, ich überleg gerade, ich hab einen, aber ich weiß noch was zu. Machen wir nur Deutsch oder Englisch? Ja, es ist beides. Boah, ich hing gerade auf den Schlauch. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? K. Stopp. Also, das hast du auch einen? Okay, gut. Also, Stadt. Konstanz. Köln. Land. Kroatien. Kasachstan. Eishockey-Spieler. Koskinen. Krupp. Das hab ich niemand reingedacht. So, Beruf. Klempner. Krankenschwester. Eishockey-Begriff, ja. Ja. Erzähl. Ey, das ist schon fragwürdig. Ähm, Körper. Geh auf den Körper. Ey, ich hab was eh nicht. Ich hab einfach gesagt. Geht nicht. Was? Das ist doch mein Spiel. Geh auf den Körper. Ja. Ich hab Kira Knighten. Ja. Ja. Ja, das ist ja. Also, wenn... Ja, okay, wenn das zählt, dann muss das halt zählt. Ja, gut. Irgendwas steht. Ich hab gewonnen. So, Schauspieler. Ich hab einfach Kingston reingeschrieben. Boah, das ist vielleicht irgendein Box. Kingston? Können wir mal googlen, ob Kingston in Schauspieler hat. Warum? Warte mal. Ich hab Kira Knighten. Ja, aber können wir bitte Kingston googlen, ob das vielleicht... Kingston? Sean Kingston. Also, Sean Kingston ist ein Musiker, der hat dann bestimmt in irgendeinem Film mal mitgespielt. Ah. Die Idee ist ein Schauspieler. Ja, die... Ja, die... Ich bin die Schauspielerin, spiel ich Fußball. Okay, dann... Ich streich das mal hier. Also, das ist ja... Ja, ist egal. Ist kein Problem. Aufsache, du kriegst jetzt 20 Punkte. Okay. Okay. A. Stopp. S. Stopp. Nein! Ich riskiere das jetzt einfach, aber ich glaube, das Letzte ist falsch. Ja, gut. Fangen wir an. Ja. Stuttgart. Hab ich auch. Also, 5, ne? Ja. Dann müssen wir einfach Punkte reinsteigen. Hier 10 einfach, ne? Okay. Land. Schweden. Schweden. Spanien. Eishockey-Spieler. Schwenson. Strahlmeier. Boah, nice! Hab ich wieder abgeguckt. Sicher sagst du? Beruf? Schweißer. Schreiner. Ist auch gut. Strafe? Shoot. Also, schießen. Ja, jetzt ist die Frage. Ich hab Spielberg, aber ist ja eigentlich, äh... Spielberg? Das ist aber kein Schauspieler. Kein Schauspieler, sondern er ist Director. So, oder? Weiß ich nicht. S. Dank für's. Ja. Hm? Ich war gerade auch schon 2 Mal durch. Ich hab richtig schnell gemacht. Ja, das war richtig. Okay. Okay. Ah. Stop. Set. 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 Ich glaube ich 5 Schauspieler. Schauspieler? Ich weiß es nicht. Hast du Gott gesagt, dass du in dem Fall hörst? Ne, ich hab aufgeben, also sei du. Oh mein Land, der. Under pressure. Richtig easy, ne? Under pressure. Gib auf. Komm, bevor es sich umgekehrt. Ich hole das auf. Ja, ich hole das auf. Start. Start. Zagreb. Was? Zagreb. 10, 10. Klar. 0. Zimbabohel. Also ist das 20, oder? 20, ja. Weißt du auf die Spieler? Gut, jetzt hat der Berger ich vorher noch angekündigt. Ja, ist ein ehemaliger, aber super auf jeden Fall. Zitat? Gut. Er ist ja ein Eishockey-Spieler, auch wenn er ehemalig ist, ne? Ja, ich dachte vielleicht. Hast du dir gerade 20 Punkte gegeben? Ja, hast du auch. Du bist 0, oder? Ne, Zitterberger. Ach so, sorry. Beruf. Zoll bei uns da. Zowächter. Hey, Wächter, oder? Werter oder Wächter? Werter. Werter oder Wächter? Werter. Werter oder Wächter? Werter? Werter oder Wächter? Werter oder Wächter? Werter? Ist das richtig? Wie ein Hockey-Turf-Zig-Zag? Hey, das ist gut, okay. Zero. Danke, Mel. Ich hab' 150. Ich hab' 130. Ja, das ist die Zwanziger. Ich hätte da irgendwas heiß reingekommen. Zimbabwe oder so einen Tag. Um es kurz und knackig zu halten. Ja. 150 Punkte, ich glaub' 130. Also, der Sieger... Das war's gemacht. Ja. Dankeschön. Freut mich.